Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Heute, habt ihr am Titel schon gesehen, geht es um die Sucher-Medaillons, weil wenn ihr ganz am Anfang des Spiels hier bei den Gildenmeister mal seid, dann wird euch aufgefallen sein, dass ihr hier Sucher-Medaillons abgeben könnt und es dort sowas wie ein Battle Pass gibt. Umso mehr Sucher-Medaillons ihr abgebt und sammelt, könnt ihr verschiedene Dinge bekommen und auch für die Platin braucht man 80 Sucher-Medaillons, um die zu bekommen und hier unten Umhang des Sieges, ewiger Bund und so Korsett und Ringe der Bestrebung, was richtig cool ist, was die Disziplin erhöht. Gibt es hier sehr coole Sachen und es gibt eine Fähigkeit im Spiel, die euch hilft, diese Sucher-Medaillons zu finden und zwar braucht ihr dafür die Laufbahn Illusionist, ich zeige euch das einmal, Illusionist, das ist er, wo ihr den findet, da habe ich mal ein ganzes Video zu gemacht zu den Klassen, ich zeige euch das aber gleich nochmal eben auf der Karte, renne aber jetzt nicht nochmal extra hin. Und hier habt ihr eine Fähigkeit, die ihr erlernen könnt, die heißt Entdeckung. Weist sich auf die Präsenz von Sucher-Medaillons oder Lazarus-Steinspitern in der Nähe mit einem Ton und blinkendem Licht hin, da zeige ich euch gerade mal einen Clip, wie das Ganze aussieht. So sieht das Ganze aus und umso näher man kommt, umso mehr pulsiert das. Am besten Soundeffekte komplett auf Anschlag und alle anderen Geräusche ausmachen. Und am Dunkeln. Also im Dunkeln siehst du das sehr übel. Ich weiß nicht, in was für einer Entfernung das pulsiert, aber sagen wir mal, stell dir mal vor, das würde pulsieren und man würde es da hinten sogar sehen. Das wäre crazy. Das Ganze wird freigeschaltet ab Klassenlevel 2, also auch schon richtig, richtig früh und ihr könnt das natürlich auch nutzen mit dem Kriegsmeister, da habe ich das nämlich auch drin. Also beim Kriegsmeister könnt ihr auch ganz normal die Fähigkeit Entdeckung drin haben und dann wird euch gezeigt, wo die Sucher-Münzen und die Lazarus-Steinspitner versteckt sind. Jetzt nochmal ganz kurz, wo ihr den Illusionisten findet. Wenn ihr von Vernvoth aus losgeht bis Ruhestadt, da kommt ihr eigentlich relativ früh in der Story hin. Und von Ruhestadt außen rüber nach Bartal, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt euch rüber schmuggeln, ihr könnt mit der biestre Maske rüber, ihr könnt einfach mit der Hauptstory fortfahren. Auf jeden Fall müsst ihr hier rüber nach Bartal und wenn ihr dann hier rechts zu diesem Haus geht, Schrein der Andacht, dort gibt es den Illusionisten als Laufbahn, ist also echt nicht weit, hier einmal runter und hier einmal hoch. Dann habt ihr hier einmal Schrein der Andacht und dort könnt ihr den Illusionisten holen und der hilft euch dann extremst, diese Sucher-Münzen zu finden. Wenn ihr dann ein paar Sucher-Münzen habt, dann könnt ihr wieder an die Laufbahn-Gilde gehen und hier einmal Sucher-Münzen übergeben drücken. In meinem Fall sind das jetzt elf Stück, der gibt immer direkt alle. Und hier seht ihr, da kriege ich jetzt die Wünsche, Ruten, Dorne, die können wir uns gerade mal angucken, da weiß ich auch nicht, was sie kann. Dolche mit Griffen, die an Schlangen auf der Jagd erinnern, sollen sie leuchten, wenn ein Schatz her in Nähe ist. Könntet ihr dann für einen Dieb nutzen, ist nicht besonders stark, aber wie gesagt leuchtet, wenn ein Schatz her in Nähe ist. Alternativ könnt ihr natürlich auch die Sucher-Münzen sammeln mit einer externen Internetseite, da bietet sich immer Map-Genie an. Dafür habe ich euch einmal den Link unten in die Videobeschreibung gepackt. Werde ich selber auch machen, weil ich ja die Platin brauche, da fehlen mir nämlich noch ein paar. Ich glaube ich bin jetzt bei 30 oder sowas. Also ja 31 von 80, da werde ich auch mal in die Map reingucken. Aber für alle, die einfach so das Game spielen und relativ früh anfangen wollen, diese Sucher-Münzen durch einen Ton und ein Blinken zu finden, können das mit der Illusionisten-Kernfertigkeit einmal machen. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Follow-up-Kanal freuen, ein Like auf dem Video und schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Würde mich sehr interessieren und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein. Würde mich sehr interessieren und schreibt mir gerne unten in die Kommentare.